Musik Das war das Zeichen zum Schluss. Treten Sie bitte zurück, meine Damen und Herren, von Ihren Modellen. Es erfolgt jetzt die Wertung durch die Jury. Applaus Herr Klischke! Ja! Ach, Sie haben das auch? Ja. Ja ist das eine Reklame? Was? Gratuliere nochmals. Danke schön, Herr Lehmann. Ich könnte Sie direkt umarmen. Ja, ich könnte auch fast ja nicht verlieren. Jetzt hängen Sie das jetzt mal ins Fenster. Das macht doch unwahrscheinlich viel her. Na wunderbar. Der Fotograf hat mir sogar eine Vergrößerung versprochen. Na also, jetzt muss ich aber abschüllen. Übrigens, mein Bruder hat angerufen. Wir treffen uns nachher. Ja? Ja, wegen Iris Wilhelmi.